Fußball, das ist echt eine sehr gute Sache, aber vielleicht nicht ganz wichtig im Leben, weil Leben ist das, was bei dir nähert ist, dass deine Familie genauso, dass es Krieg, da brauchst du keinen Fußball. Schauen Sie, was bei uns da passiert, das ist echt schrecklich und das hat mich natürlich wahnsinnig enttäuscht. Genauso, dass nicht nur mein Land, sondern auch dieses Land wie Russland, da ist auch so viele Sportler, die sind einfach jetzt Kopfschüttel und wie kann das sein, dass in solchen Jahren so ist passiert. Aber so müssen wir akzeptieren, dass natürlich, ich habe da Familie, wir ständig telefonieren und natürlich bin ich auch ein bisschen gespannt, wie das weitergeht und das ist natürlich sehr unangenehm und echt betrifft mich.